Kultursynchro, Dresden, Plenär. Dieses Jahr im Juni, drei Dresdner Künstlerinnen, Franziska Kunert, Mendi Friedrich und Rita Geisler, waren eingeladen im Batumi Plenär in Georgien. Dort unter dem anderen haben sie unter freiem Himmel gearbeitet und interessante Skizzen entstanden. Und genau diese Ausstellung präsentieren wir dieses Jahr im Palais Sommar, in der Ausstellung Kultursynchro. Deswegen heißt die Ausstellung auch Alla Prima. Herzlich Willkommen!